Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. In dieser Folge werden wir heute Mayonnaise herstellen und wir brauchen für die Mayonnaise natürlich Eier und Pflanzenöl. Und das Pflanzenöl, das werden wir uns jetzt gleich erstmal holen und zwar bei der Ölmühle. So, schalten wir mal hier alles an und werden jetzt erstmal losfahren zur Ölmühle und dort uns das Pflanzenöl holen. Ja, ansonsten habe ich hier soweit alles angepasst wieder. Hat ganz schön lang gedauert diesmal, finde ich. Warum, weshalb, weiß ich auch nicht. Aber ich habe hier schon einige Zeit dafür gebraucht. Gut, ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier so wird, wenn wir hier Mayonnaise herstellen. Das ist ja auch ganz neu dazu gekommen, hier auf der Beta 2. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen, wie das Ganze dann funktioniert mit der Befruchtung der Kühe. Also, das sieht natürlich auch richtig spektakulär aus. Aber wie gesagt, das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Heute werden wir ja, wie gesagt, erstmal Mayonnaise herstellen. Also, das ist ja auch ein ganz neues Future hier auf der Hofbergmann. Gut, dann fahren wir mal jetzt hier rein. Denn das ist ja auch neu dazugekommen hier auf der Map. Die Ölmühle. Und ja, da können wir uns hier das Ganze nochmal ein bisschen anschauen. Was hier noch dazugekommen ist. Ja, Servus. So, dann fahren wir einmal hier rum. Und jetzt müssen wir hier drunter fahren. So, gehen wir mal in die Außenansicht. Und öffnen jetzt hier uns noch den Deckel mit der N-Taste. Und dann drücken wir einfach die R-Taste. So, dann wird das Ganze hier schon aufgefüllt. Und allzu viel brauchen wir ja nicht, glaube ich. Lassen wir mal noch ein bisschen laufen. So. Ja, gut. Etwas über 5000 Liter. Das soll da auf jeden Fall erstmal reichen. Und dann halten wir hier nochmal ganz kurz. Und steigen wir hier aus. Ja, hier könnt ihr auf jeden Fall auch Früchte verkaufen. Das ist so eine kleine Verkaufsstation hier. Fahrt ihr einfach hier drüber und dann könnt ihr das Ganze abladen. Und hier drüben, das ist ja die Produktion, um das Pflanzenöl herzustellen. Hier könnt ihr zum Beispiel Sonnenblumen, Raps oder Sojabohnen herbringen. Ich habe hier schon Sojabohnen hergebracht, deswegen habe ich jetzt auch schon Pflanzenöl. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ihr schüttet das quasi einfach rein. Und hier könnt ihr dann das Pflanzenöl euch entnehmen. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal wieder zurück auf unseren Hof. Denn da müssen wir auch noch einiges erledigen, um Mayonnaise herzustellen. Wir müssen auch erstmal Eier noch besorgen bei den Hühnern. Und soweit habe ich auch schon alles soweit vorbereitet. Also halt, die Eier müssen wir uns jetzt noch holen bei den Hühnern. Gut. Unsere Felder sind auch schon fertig. Also wir hatten ja in der letzten Folge auf der Beta 1, hatte ich ja nochmal die kompletten Felder neu bestellt mit Sojabohnen. Und ja, das Ganze ist jetzt auch soweit ready. Also können wir auch mit unserer Felder bald wieder anfangen. Und ja, können wir natürlich auch gleich die Sojabohnen hier wieder zur Ölmühle hinbringen. Um dann Pflanzenöl herzustellen. Ja, wie sieht es denn hier eigentlich aus bei den Kühen hier auf der Weide? Die haben noch genügend Futter drin. Also da müssen wir auch nochmal so einen kleinen Rundgang machen quasi. Oder eine kleine Rundfahrt. Und mal schauen, ob die Tiere denn alle richtig versorgt sind. Die BGA, die ist jetzt auch schon so weit ready. Also da muss ich erst nochmal schauen, wie so jetzt aktuell die Kurse sind, um das Ganze dann auch zu verkaufen. Soll sich ja auf jeden Fall lohnen für uns. Also da muss ich erstmal, wie gesagt, schauen, wie die Kurse jetzt so gerade sind für das Biogas. So, fahren wir einmal hier hoch. Und dann können wir hier das Ganze gleich abladen. Gehen wir mal in die Außenansicht. Fahren hier noch etwas ran. So, ich glaube, das passt schon. Und hängen jetzt hier den Schlauch dran. Ja, das passt. Drehen hier das Ganze noch auf. Und jetzt werden wir hier erstmal unser Pflanzenöl hier in den Tank einladen. Stärken wir mal hier ein. Und entleeren jetzt hier unser Fass. So. Schauen wir mal. Ja, das Ganze passt hier. 100% schon drinne. Und dann würde ich sagen... Halt, machen wir erstmal hier den Schlauch gleich wieder ab. Fahren dann den Universal-Tank erstmal an die Seite. So. Einmal hier rum. Machen jetzt hier noch den Motor aus. Ja, und wir werden jetzt erstmal losgehen zu den Hühnern und uns da noch ein paar Eier besorgen. Denn das brauchen wir ja unbedingt, um Mayonnaise herzustellen. Ja, rennen wir mal hier ein bisschen. Gut, dann steigen wir jetzt hier ein. Und nutzen jetzt auch gleich mal hier den Transporter, um hier die Eierkisten zu transportieren. So. Steigen wir hier wieder mit E aus. Stellen wir uns jetzt hier erstmal... Ja, ich würde sagen so zwei Kisten drauf. Das reicht. Hier noch eine. So. Machen das Ganze hier auch fest. Mit der R-Taste. Hier auch noch. Ja, und dann laufen wir jetzt erstmal wieder hoch. Und schauen dann mal, wie das Ganze hier funktioniert. Mit der Herstellung von Mayonnaise. Ich finde das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Aber ein bisschen zu langsam geht das Ganze hier. Aber ja. Wir können das ja spielen, wie ihr das möchtet. Ja. Ja, das Ganze dauert jetzt natürlich noch ein wenig, bis wir jetzt oben sind. Glaub, hier kann man auch nichts machen. Ne. Dass man hier irgendwie noch schneller laufen kann. Das geht nicht. Also, ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Sagt man ja auch meistens. Ja. Ansonsten, wie gesagt, die Felder sind auch fertig. Also da müssen wir unbedingt anfangen in der nächsten Folge. Dass wir da schon mal unsere Felder wieder ernten. Und ja, dann ist ja immer noch das große, ja, ich würde mal sagen, das große Ereignis, was ich mir natürlich ja noch kaufen möchte. Und zwar das Feld 12. Das werden wir auch noch machen, sobald ich dann nochmal Geld verdient habe, quasi. Von der BGA. Dann schauen wir mal, wie dann der Kondostand aussieht. Gut. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Machen wir jetzt hier erstmal alles wieder lose. So. Und jetzt nehmen wir uns jetzt hier die Kiste. Machen das jetzt hier hin. Moment. Wie war das? So. Ihr müsst hier erstmal ran. Und müsst dann die linke Maustaste drücken. Dann geht das Ganze auf. Das habe ich jetzt gar nicht so gewusst. Deswegen habe ich jetzt erstmal geschaut, hier wie das Ganze hier funktioniert. So, jetzt können wir hier unsere Pflanzenöl hier reintun. Und natürlich auch unsere Eier. So. Stellen wir uns das Ganze mal hier hin. Und jetzt können wir hier den Deckel wieder schließen. Und können quasi hier das Ganze anschalten. So, mit der E-Taste einfach. Und dann sollte das Ganze hier auch funktionieren. Gut. Ich werde mal hier das Menü wieder ausmachen. Und dann schauen wir uns mal das Ganze hier an. So, jetzt geht die ganze Produktion hier los. Das Ganze dauert natürlich auch ein wenig. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen vorspulen. Und dann ist das Ganze auch schon fertig hier. Ja, jetzt können wir hier uns die Mayonnaise quasi abfüllen. In diesem Almond hier. Stellen wir mal das Ganze hier drunter. Und drücken die R-Taste. So. Und dann sehen wir schon. So sieht es aus. Unsere Mayonnaise. Gut. Dann nehmen wir uns gleich hier noch den nächsten Eimer. Stellen uns den jetzt hier wieder drunter. Und drücken die R-Taste. So. Ein bisschen weiter rüber. Dann passt das. Ja. Und die Mayonnaise, die können wir dann später auch verkaufen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da so rauskommt. Wie da so die Kurse sind. Denn ich habe hier noch gar nicht so wirklich geschaut, wie die Kurse sind für die Mayonnaise. So. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Ich glaube, das war jetzt alles. Ja. Das ist leer. Gehen wir hier nochmal hin. Und füllen jetzt hier das Ganze nochmal auf. Hier haben wir noch 50% drin. Machen wir jetzt hier noch ein bisschen Pflanzenöl rein. So. Und schütten das gleich hier wieder rein. Und hier nochmal die Eier. So. Machen das Ganze jetzt zu. Und starten jetzt hier das Ganze wieder mit der I-Taste. Und ja. So geht das Ganze dann hier weiter. Und ja. Ich würde sagen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal. Und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich bin raus. Tschüss. Macht's gut. Undçon.